es ist moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem channel und heute gibt es einen spieletest auf jeden fall morgen gibt es einen clash royal livestream 19.30 ich werde auch bald wieder fortnite bringen hatte bloß keinen bock das zu bringen ich hatte heute mal wieder bock auf einen spieletest und ihr seht schon was wir heute spielen wir spielen angry birds ich habe das ewig lange nicht mehr gespielt ist übel krass das spiel eigentlich es macht noch richtig viel fun wir schauen einfach mal gleich in das erste level rein wer von euch hat auch lange nicht mehr angry birds gespielt der sollte es wieder tun das macht einfach richtig geil fun und es ist einfach für unterwegs das beste spiel so gut gucken wir doch mal ob wir hier einen strike schaffen strike ist doch easy drin oder ja guckt da unten das tnt und dann haben wir unseren strike oder nice erstes level halt strike ist da boom nice one noch eine karte die brauchen wir fürs zweite level oder was macht denn der dann noch komm nächstes level leute erstes haben wir abgeschlossen gucken wir mal hier schaffen wir auch easy den strike sind halt jetzt die ersten level sind noch nicht hier die ganz großen level dann aber die kommen auch noch leute ähm wo ziehe ich jetzt am besten hin da ja strike ist da strike ist da leute bestes bester schuss alter bester schuss auf jeden fall krasses game ist es immer noch ich hoffe es macht euch genauso viel spaß mit zuzugucken wie ich hier spiele also ich spiele und es macht einfach richtig fun das game noch ich habe das früher nur gesucht das war das einzige spiel was ich früher gespielt habe keine ahnung warum aber das war richtig nice das game und heute ist immer noch geil eigentlich man sollte es auf jeden fall wieder mehr spielen wir haben schlüssel gefunden vogelschlüssel was macht man damit leute ich habe das spiel ja gerade installiert wieder und ich weiß immer noch nicht was man mit so einem ding macht das ist auf jeden fall das neue ich habe früher schon die alten gespielt wo es noch hier mit den autos zu gehen und so kennt vielleicht irgendwie bürz autorennen und sonst zeug aber gut welchen schalten wir jetzt frei ich glaube der fette ist am besten der fette ist übel geil der macht richtig gut schaden gute wahl na los üben wir übung go so der fette macht auf jeden fall richtig viel schaden also sollten wir hier mit einem schuss das alles schaffen den jetzt hier durchziehen sollte das locker sein alter wie viel schaden er einfach macht boom damit haben wir wieder ein strike ease das ist so einfach mit dem fetten man muss die ganze runde nur strikes schaffen das wäre geil nur strikes ist auf jeden fall richtig geil dieses game hier unten strike easy ist ja als das zweite level erst gibt es noch nichts schwereres gibt es was schweres komme ich bin was schwereres leute ohne rocket die habe ich auch noch nie gehabt ja nehmen wir den war schon wieder zu einfach geile rakete geil schon wieder drei sterne easy going leute machen wir das hier ein strike ist drin strike ist drin habe ich gesagt wieder ein strike nächste bonuskarte das wollte doch von uns so was müssen wir machen ja das ist einfach viel zu einfach diese hier schaffst du locker strikes wieso sollte man hier kein strike schaffen du hast ja schon wieder einen fetten vogel und der macht das easy going wer sind da leute strike ist da das haus fällt jetzt auseinander oder habe ich doch gesagt jetzt lachen sie nicht mehr die fetten zuerst und danach nehmen wir die dünnen und klein schweine schweine die blume die schießt alle die blume ist krass ja gut ich hätte gedacht das strike jetzt schnell voran aber ist ja doch noch ein strike geworden gönnung jetzt holen wir uns den mit der bombe der ist cool der ist einfach zu cool damit der bombe ist krass was ist das eigentlich ich hatte das was anderes sind in dem die fetten zuerst und danach nehmen wir die dünnen und klein gute auswahl ja trainieren wir eine runde auf jeden fall leute ich bekomme eine zahnspange ich hoffe ich kann dann immer noch in der stimme reden wie ich jetzt rede ich habe nämlich keinen bock auf eine andere stimme das macht dann nämlich bestimmt nicht so viel fun so hinein wenn ich hier durchtreffe schaffe ich das dann so damit haben wir ihn aktiviert und das ist wieder ein strike ist viel zu einfach noch die ersten level leute wir brauchen aber schweres wir brauchen was schweres was sehr schwer ist oh mein gott wo bleibt der boss oder gibt es hier wieder zwei runden ich glaube es gibt wieder zwei runden oh ne chest die will ich haben komm ich würde zu chest äh kriege ich die easy ich muss die bekommen einfach ich muss einfach diese chest da oben bekommen ja ich schaff zwar einen strike aber ne schaff ich nicht oder ne überhaupt nicht schade ich will aber die chest da oben bekommen das ist das problem doch ich schaffe einen strike ease ne doch der eine überlebt aber fuck ich dachte ich schaffe einen strike aber ich will die kiste bekommen die kiste ist geil 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 gib mir die kiste was ist daran so schwer zu verstehen gib die kiste ich will die kiste haben fuck ja gut ich wollte aber die kiste haben leute ich wollte die kiste boah die kiste wäre so geil gewesen dann bekomme ich die nicht so jetzt kommt der boss jetzt kommt das schwerste das schaffen wir aber locker oder kochschwein heißt es richtig krasser boss ja weil das spielen gratis hat er mehr angebot gemacht machen wir es so wir haben schon gewonnen oder das kochschwein ist besiegt easy leute wir haben das feindchen hier geschafft und den boss haben wir sogar mit dem strike besiegt man ich habe aber nicht die kiste bekommen traurig aber war der arme der muss er jetzt heulen nice oh das ist schon der nächste boss ich würde sagen dann war es das soweit mit dem game hier und falls ihr mehr davon sehen wollt dann schreibt in die commis und lasst ein like da dass ich sehe dass ihr mehr davon sehen wollt auf jeden fall ist das ein nices spiel und ihr könnt selber auch spielen das macht auf jeden fall noch richtig fun und dann haut rein habt noch einen schönen tag bis morgen dann zum stream ciao 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 ciao